Komm Geralt, nur Schiengepröschchen reindrücken. Wir müssen mal gucken, dass wir hier irgendwie... Du willst mich doch verarschen, Freund! Ich habe gehüpft! Mehr gehüpft hätte ich gar nicht können. Ist das anstrengend mit dir manchmal, Freund? Also echt! Oder ist der Hexerempotenten? Der schafft es nicht zu springen. Ich geh kaputt, Junge. Das ist skandalös. Warum macht ihr das? Darf ich da wieder hinladen, oder was? Ich geh kaputt. Ich geh kaputt! Nee, ich bin nicht der Skellige. Ich will das mit dem Kack... Komm mal! Nee! Ich will... Tüte! Mann! Komm, Rouch, wir müssen da jetzt wieder hinüppeln, weil die das nicht gebacken kriegen! Jetzt habe ich nicht mal mehr eine HP-Anzeige. Ist auch super! Das Spiel ist super! Ich liebe dieses Spiel! Es ist abartig gut, es sieht super klasse aus, aber es hat so kleine, nette Facts, die ich einfach herzallerliebst finde. Wie der Hund, unser Wann, der Hundepopo, der rausguckt. Oder halt sowas wie jetzt gerade. Ich habe keine HP-Anzeige gerade. Der Typ da oben, der kommt auch nicht so klar. Das ist dennoch extrem amüsant. Also man hat hier öfter was zu lachen, das ist... Vielleicht wollten die das so, dass man halt einfach mal aus dem ernsten Kontext rausgerissen wird und dann einfach mal abfeuert, wie Sam. Das wäre zumindest wünschenswert. Ich meine, hey, die Welt ist ernst genug. Nein, ich möchte dem oder nicht irgendwas irgendwo reinstecken. Nicht meins. Brauche ich nicht. So. Ich arbeite ja dran. Gerald, wenn du jetzt nicht springst... Alter, ich gehe kap... Ich speitere hier oben jetzt. Ich will ja nicht nochmal hinlaufen. Ja. Hallo, ups! Hier komme ich rein. Hallo. Äh, wat? Na, das ist ja klasse. Ist mir schon wieder passiert. Ach. Ist mir schon wieder passiert. Ich versuchte, nicht wahr? Ich versuchte ihn nicht zu schwer. Shit. Well, at least we got the Ismgrim card. Greetings. Oh, fuck. Come on, Ringo. Time to shine. Get him! Come on. Come here. Come here. Ismgrim foil Tiana. On the Squatel deck. Wonder how much this card's worth. Ledger might be worth snooping around for. Unstaffed. We should have to go. We should have to go. Ja, vielleicht hat er das eher oben. So unter dem Bett oder so. Oder vielleicht oben. Wo ich herkomme. Kann doch sein. Nee? Nee, irgendwie nicht. Also irgendwo hier drin. Ja, Geralt, danke. Ich sehe das hier aber auch nicht. Das war's. Ich komme nicht ran. Das ist tricky. Oh, ihr seht das doch auch. Ich bin doch nicht blöd. Naja, immerhin. Ich bin doch nicht blöd. Ja, mach kein Shit jetzt. Ja, ich sehe das aber nicht. Ich finde es erst krass mit Hilfe deiner Hexersinne. Denn noch mehr Hexersinne kann ich gar nicht haben. Was ist denn das da oben? Da oben kann ich irgendwas kaputt machen. Guck an. Hier, lass mich mal hier. Nee, das ist nur Kerze, oder? Wo hat denn den Scheiß? Sieht jemand das Kasse buch? Ich sehe hier gar nichts. Ich weiß nicht, wo der das hat. Ah, hier. Nicht? Nee. Wir brauchen das schon. Was weiß ich denn, wo der sein Kassenbuch hingedaten hat. Hier ja offenbar irgendwie nicht so. Bin ich doof? Sehe ich was, was ihr nicht seht? Oder ungekehrt? Ach, gerallt. Hm. Ich weiß nicht, wo der das hat. Ach. Bringt die Karte und setzt das Kasse hoch zu Zoltan. Das muss ich gar nicht. Ja, ich bin immer noch Mutan. Mein Gott, komm drüber weg. Schätze, ich hab was für dich. Ich hab was für dich. Und glaube ich, er war nicht ein inocenter Bestander. Zeds, ich bin sicher, dass du die Verlust aus dem Spot hast. Also warum dich nicht bemerkt? Dir mal über die anderen Karten. Ich habe die anderen Karten gefunden. Fuck! Der Böger muss sie verholt. Hör, ich habe Zeds' ledger. Show mich. Hmm. Okay, ending. Oh. Okay. Yes, yes. Also, Pferdchen. Let's go. Okay. 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 How'd you make out with Ravi? Haven't been to the Sturgeon yet. Fine, fine. Ravi's not going anywhere. Let's clean out Caesar Bilsen first. We'll do this. I'll chat him up while you sneak upstairs and search his cabinet of curiosities. Okay. 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 Bye. Okay. 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 Bye. 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 Okay. Bye. Bye. Oh, no. Not really. Mainly hunt. Good, that. One lion angler at the table is enough. Come on in. So what if it's hunters or eager fighters if it tastes like shite and soapy water? That's because you're about as good a cook as a goat's ass is a clarinet. Just recently, I took some fresh time. Das Wort unlangen gibt es nicht. Ah, sie ist ja. Tom? Oh no! Oh no! Oh no! Oh no! This is another bottle. Right. You can see the bottom of this one. Oh no! 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 Yeah! Oh no! This is a big secret. I'll see you in the next one. You can hear you. I'm okay. I'm not sure. Why is the hell? I know. I'm so curious. Oh no! Oh yeah! Oh yeah! I'm sorry. So, ich geh mal wieder runter. 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 Rappen.